Hallöchen, heute seht ihr mal wieder dein Gleit und ja ohne große Umschweife geht es auch direkt los. Danke. Back to you, Spike. Right now, you need to get back to our main task and arm the next trap. There's another car close by. Got it. Infected are all over the street. So what does that tell you? Keep off the street. Try to stay on the rooftops where they can't reach you. They're all around the car, Spike. You still have some firecrackers, don't you? Just throw some into the crowd. Those dead bastards are easily distracted. You still do so? You still do so? zu All done with the car, Spike. Keep on like that, you just might make it. The next trip's no spot, and I shouldn't have to tell you, but don't get caught out in the open. Spike, these freaks are everywhere. If I need to use a trap, how do I activate it? You can. I told you, they're only for the night mission. Shit. Okay. Get out of there. Get out of there. Let's go! Get out of here. Okay, don't you want to let me go? Let me go. Doch, ey. Ich hasse mich. Ich hab mich. Ich bin ein Rest. Ich bin ein Topf. Das ist der Fall. Ich bin ein 빼g. Das ist doch gar nicht Das ist doch gar nicht Ich weiß gar nicht, was ich heute erzählen soll. Aber ich muss die ganze Zeit hier nur so komische Pfeilen legen und Dinge tun und weiter runter und... Heim. Ich könnte euch erzählen, dass das Spiel identifiziert wurde und dass die nicht umzugehen ist. Und so löst sich jetzt auch gar nicht, was ich euch erzählen würde. Ich könnte das Spiel identifizieren. Ach, verpiss dich doch, Zombie. Merk doch nicht rum. Wenn ich das streamen, dann könnt ihr mir Fragen stellen und ich kann sie so recht echt zeitmäßig machen. Mega cool. Oder so ein bisschen im Abend zu müssen. Falls ihr euch gerade Fragen müsst, was ich hier mache, ich versuche, irgendwie um das Dach aufzukommen, aber keine Idee, wie ich das machen soll. Ich muss jetzt eigentlich hier mal so... ...machholen. Irgendwie muss das doch gehen, oder? Stewie. Blöd. Da brennen hier aber auch ganz schön viele rum, das war sehr ernst. Ja, genau. Ein Christophail... ...und deshalb Dokument... ...heiß doch kein Gott, oder? Jetzt ist es weiter mit Kälzer... Habt ihr das gesehen? Man, das beste Flitter war ever. Ach, f*** dich doch ins Knie! Toll, die auf Ernst bändet. Das nervt mich! Warum komme ich da nicht vor? Oh! Ich hasse euch alle! Ihr könnt hier doch! Ich hasse sowas, wenn das nicht so gut funktioniert wie ich das haben würde. Ich hasse das ganz hart. Und dann muss ich wieder von der anderen Seite da irgendwie drauf und hier und da. Aber ist doch alles scheiße. Ich finde das kacke. Was ist denn das? Das ist kacke. Ich glaube nicht. Ich bin jetzt ganz vorsichtig. Ich weiß nicht, ob dann wer am einzigen geht. Nein! Ich hasse es! Mann! So ne Scheiße! So ne Scheiße! Alter! Alter! Halt dich doch einfach an dieser scheiß Lampe fest! Was ist denn dein Problem? Was ist dein scheiß Problem? Sich einfach an dieser Lampe festzuhalten! Jetzt kletter doch weiter nach links! Jetzt halte ich an der Lampe fest! Jetzt halte ich an der Lampe fest! Kletter auf die Lampe hoch! Jetzt halte ich da fest! Nein! Du fällst es doch nicht so schwer! Habe das jetzt nicht geklappt? Dann wäre ich ausgerastet! Habe das jetzt nicht geklappt? Dann wäre ich ausgerastet! Ich muss jemanden trainieren, um ihn zu verabschieden. Fuck! Spike, das ganze gesamte Stadion ging. Was ist denn da? Oh! Nicht wieder! All right, listen! Da ist ein Power Substation. Go check it out! Hey! This blackout has really put us in a tight spot! We're defenseless here! Plus the safe zones and some of my traps are down too! We need to get the power up and running ASAP! I'm going as fast as I can, Spike!